Ja, hallöchen Leute und willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Zum ersten Mal geht es um meine Uploads insgesamt. Ich lade ja schon relativ regelmäßig was hoch. Also eigentlich versuche ich jeden Tag was hochzuladen. Aber manchmal kommt es eben vor, dass das auch nicht funktioniert. Was daran liegt, dass mein Internet einfach so extrem scheiße ist. Und vor allem zur Zeit ist es so mega extrem kackiges. Und immer ist es so, es läuft ein paar Sekunden perfekt und danach geht gar nichts mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier überhaupt noch weiter hochlädt. Sieht irgendwie gerade nicht so aus. Der lädt auch nicht, dass ich so eine Playlist dazu fügen kann. Fällt wahrscheinlich schon wieder. Das hier ist der Let's Play Part, wo ich die Top 4 mache. Oder wo ich zumindest damit anfange. Und den versuche ich wirklich jetzt schon das vierte Mal hochzuladen. Und das alleine heute. Ja, also bei dem scheiß Internet, das ich noch dazu habe, was natürlich ziemlich langsam ist, weil ich hier in meinem Zimmer auch voll den schlechten Empfang habe und so weiter. Könnt ihr euch vorstellen, dass das ziemlich lange dauert. Ich sitze hier wirklich schon wieder ewig lang dran und kriege nichts auf die Reihe. Also es kam ein Coaster-Video, ein neues, aber das war es auch schon. Und der Upload hier bleibt wieder hängen. Das ist natürlich so toll. Wenn das einfach nicht weitergeht, kann ich auch nichts dagegen machen. Aber ich wollte in dem Video auch noch was anderes ansprechen. Ich hoffe, das Internet geht jetzt und ich kann meinen Kanal laden. Okay, ich darf es nicht. Dann muss ich es halt so sagen. Ja, es ist so, ich habe 150 Abonnenten erreicht. Das ist natürlich jetzt toll. Aber ich meckere trotzdem rum wegen dem scheiß Internet. 150 Abonnenten ist natürlich super. Danke dafür. Und es wird demnächst auch noch ein Video kommen, in dem ich euch sagen werde, wann der Termin für das 150 Abospecial ist. Wir werden das wahrscheinlich immer wieder so machen wie üblich. Ganz einfach, weil mir erstens nichts Besseres einfällt und zweitens hat es bisher ja immer sehr viel Spaß gemacht. Und ihr könnt auch was davon abhaben und ihr habt den Spaß mit mir geteilt. Und deswegen ist das, denke ich, die beste Lösung, wenn wir einfach wieder MKW zocken. Ja gut, das war das Infovideo jetzt eigentlich. Ich werde nochmal versuchen, Pokémon hochzuladen. Falls es heute nicht mehr kommt, wisst ihr jetzt, woran es liegt. Weil ich es dann das fünfte Mal uploaden muss, ja. Ich hoffe, irgendwas wird heute noch kommen. Wenn nicht, tut es mir leid. Wir sehen uns hoffentlich bei den nächsten Projekten und so weiter wieder. Bis dann und ciao.